Willkommen zurück zur dritten Staffel von DayZ, lol. Mal gucken, wie viele Minuten die hier geht. Ich bin bei Bahngleisen, Dominik ist auch da und wir sind jetzt wieder hier in Livonia, aber auf einem anderen Server. Ja, ich bin mitten auf dem Feld irgendwo. Ja, ich bin auch mitten im Nichts. Die Kamera geht ab, ich mach die mal aus. Das ist nichts Neues. Ich laufe jetzt einfach mal wieder hier entlang, den Bahngleisen und guck mal, wo ich lande. Du das. Ich habe wieder nichts zu essen dabei. Nur eine Bandage. Oh, Mann. Die halb verbraucht ist. Top. So, und dann können wir jetzt mal den Chat benutzen auf Twitch. Grüße, bitte. Und den können wir jetzt benutzen, um zu sagen, yo, wenn wir Ortschaften finden, bitte helfen, wo wir sind, dass wir uns finden. Das stimmt, ja. So, strammen Schritt, das sind wir unterwegs, den Bahngleisen entlang. Ich glaube, es wird dunkel, kann das sein. Wird es dunkel? Ich glaube, es wird dunkel. Oder wird es hell. Ich weiß es nicht, weil die Sonne steht. Na gut, das könnte. Ja, es kann beides sein jetzt. Es könnte dunkel werden. Ja, ich weiß. Spielt der auf einer höheren Schwierigkeit oder warum spawnt ihr ohne Essen? Na, Schwierigkeit kann man ja nicht einstellen. Das ist immer so. Aber, was? Dass man, äh, also ohne Essen mittlerweile anscheinend, ja. Das war jetzt die unlogischste Aussage, die jemals getätigt hast, glaube ich. Sie meint ja, warum wir ohne Essen spawnen. Wir hatten bis jetzt ja immer Essen. Außer jetzt seit dem Versuch jetzt hier wieder. Und dem letzten halt, den meine ich. Ja. Wir haben ja immer wenigstens eine Pflaume oder einen Appel. Oder irgend sowas, ja. Mitten auf dem Feld eben nirgendwo. Ich seh, um mich rum seh ich nur, weil... Boah, Alter. Gebäude? Kopf, flieg um. Oh mein Gott, ich hab Cracker für den kleinen Hunger gefunden. Cracker für den kleinen Hunger? Bei nem Viech. Krass. Ich würd zwar gerne den Zug durchsuchen, aber da ist alles voll mit Viechern. Ich seh ein paar Gibäude, glaube ich. Ein paar Gibäude? Mhm, aber ich glaub nicht, dass es ne Ortschaft ist. Okay. Kannst du bitte lauter reden dann. Ja. Immer so. Kraftvolle Voice. Ah, ich bin an der Straße. Ja, ich tatsächlich auch jetzt. Ah, da ist so ein Stock mit so einer Kugel oben dran. Ah, okay. Ich glaub, da war ich gestern. Ah, da hat's ja mehrere. Da hat's mehrere? Ja gut, das kann sein. Das ist so. Haben wir ja schon öfters gesehen. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Und Geschenk paper. Was, das ist so ein Repetierkarabiner? Mhm. Oha. Warum findet der denn nicht schießen kann über Waffen? Ich weiß es nicht. Oh man. Ich komme jetzt langsam zu einem Bauernhof. Kommst du zu einem Bauernhof? Okay, in diesen Robbauten ist das wirklich wie was. Nee. Dann geh ich die Straße mal hoch, weil ich hab ja keine Ahnung, wo du bist. Ja, immer Ortsschilder suchen. Mhm. Ich muss erst mal einen Ort suchen. Ich hab einen Schraubendreher gefunden. Siehste mal, kann man schon... Schraubendreher? Kann man schon angreifen mit irgendwas. Sehr gut. Ich schneid's mir mal die... Oh, die Tomate ist sogar getrocknet, Alter. Okay. Eine Spitzhacke. Oh, eine Spitzhacke. Zwar beschädigt, aber spitz und Hacke. Mhm. Oh, lecker. Eine getrocknete Tomate. Mhh. Schmack auf was. Arbeitshandschuhe. Hä, was ist das? Ein Sack Zement oder was? Gartenkalk. Lol. Ein Sack Gartenkalk hab ich gefunden. Schön. Oh, hi. Hey, mate. What's up? You okay? Er hat bloß nicht umgebracht. Er läuft weg. Oh, shit. Oh, shit. Was ist los? Zombies ohne Ende. Mhm. Mir auch. Nein! Jetzt geht der natürlich nicht rein, weil er ein Hornsohn ist. Ich hab grad nen Zombie gesägt. Äh, gib mir einen Schlag. Direkt in Kraft. Alles klar, Alter. Oh, Junge. Oh, mit der Spitzhacke kann ich ein Feld... Lol. Digga, ich kann mit der Spitzhacke ein Feld ausheben, Alter. Echt jetzt? Ja. Geil. Ah, okay. Kohli und Brodi. Ich bin in Kohli und Brodi. Na super, wieder ganz oben in der Map. Also Kohli und Brodi. Jetzt brauch nur noch ich hier nen Anhaltspunkt hier. Einen Anhaltspunkt. Scheiße. Treff... Hallo? Oh. Ich blute. Oh, oh. Oh, du hast verbannt, oder? Ja. Jetzt blute ich nicht mehr. Sehr gut. Oh, shit, ey. Es wird tatsächlich hell. Ja, Gott sei Dank. Ja. Oh, was ist das? Dreistelliges Zahlenschloss, okay? Lass dich mal liegen. Ja. Ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht so bekrass. Kapri-Sonne wäre mir lieber gerade. Kapri-Sonne. Da war kein Witz. Die wäre mir wirklich lieber gerade. Ja, schon. So. Nächster Zombie. Toll. Ey, ich werde hier nur verfolgt. Alter. Ach Junge, warum schneiden die mich denn die ganze Zeit? Oh, was sehe ich dir? Cracker. Ein Cracker? Mhm. Oh, Dosen-Sardinen. Oh. Oh, ein Schutzhelm. Die kann ich wenigstens mit der Schraubenzieher aufmachen, ey. Da war jetzt schon wieder ein Spieler bei dir, oder was? Ja, aber der ist direkt abgedüst. Ja. Ich bin wach isoliert. Schwach isoliert. Ja, dann behalte ich mir meine Tutschung. Die sind nämlich noch makellos. Die sind aber auch nirgends Ortsschilder, wo es vielleicht hingehen könnte, oder so. Das ist zum Heulen. Mhm, das ist echt ätzend. Schraube ich dir. Bist du noch Bäume da hinten? Viele Zombies, Alter. Ah, Mist. Wasser. Er ist doch gut. Na. Kann ich ja eh nicht trinken. Ja, gut, stimmt. Weiß nicht, ob es abgestanden ist oder nicht. Nein, ein Fluss, Mann. Ach so. Oh, da war eine Explosion in der Entfernung. Ihr habt das jetzt nicht gehört. Ja, bist doch ganz woanders. Ich bin jetzt am Bahnhof in Kohle, Brody. Okay. Ja, ich habe immer noch keinen Plan, wo ich bin. Da hinten sind Häuser. Vielleicht wird es jetzt mal ein Ort hier. Grüne Jacke. Was ist das denn? Was ist das denn? Besser, schwach isoliert oder schlecht isoliert? Die war schwach. Was schwach ist ja nicht schlecht. Das muss ich jetzt auch sagen. Also, Jacket. Na toll, das ist kein Ort. Hier sind nur ein paar Häuser. Ach, Mann. Ich gehe mal ins Bahnhofsgebäude. Ui, Ertoschenlump. Ich schenke Papier. Und ich habe sogar zwei Batterien. Ach. Darf ich vielleicht raus? Dankeschön. Das war auf die Schienen. Oh. Ich habe noch eine Patrouillenjacke geholt, aber die ist makellos. Ui. Und die andere, die ich hatte, die war nur Dings. Demoliert, glaube ich. Oder? Ja, beschädigt. Also nicht so makellos. Nee. Deswegen tauschen wir da mal geschwind. Ach so, das war seine Hand. Oh mein Gott. Mein Charakter hält sich auf einmal die Hand vor den Mund. Ich erschrecke mich des Todes, Alter. Alter, okay. Toil, Motorcross-Visier. Ist da irgendein Plan, wo du sein könntest? Pff. Ja. Ich weiß schon, wo ich bin. Ich kenne die Häuser hier, aber... Wo das jetzt ist, oder wo du jetzt hin musst? Keine Ahnung. Ach man. Lauf. Ah. 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 Und wir können die alte auch hier reinlocken. Ja, und jetzt habe ich sie hinten wieder rausgelockt. Ist ja toll. Perfekt. Ja, ich gehe jetzt mal Richtung Tarnoff. Ist nur einen Kilometer weiter. Ich gehe mal Richtung Zombie weg. Und hoffe, dass ich bald hier irgendein Dorf finde. Also wisst ihr, was ich echt nicht verstehe? Warum zur Hölle gibt es bei DayZ keine Roleplay-Server? Ey, das ist ja so ein geiles Setting. Es wäre so genial in dieser postapokalyptischen Welt. Und weil, oh, ich habe ein Funkgerät gefunden. Weil du kannst halt nicht immer nur, äh... Ich meine, wenn du lootest, da müsste man dann servermäßig einstellen, dass Loot nur ganz, ganz selten spawnt. Weißt du, dass man nur ganz selten irgendwelche Dosen, Lebensmittel findet oder so? Ja. Weil, das gibt es ja dann einfach noch nicht mehr, weißt du? Mhm. Äh. Und... Oder nicht mehr halt, sozusagen. Und deswegen... Mein Hunger rot. ...muss man sich halt immer was anbauen und so, weißt du? Ja, mein Hunger ist schon ewig rot. Oh Gott. Bei dieser Post-Live-Verfolgung ist die Post ein Weihnachtsschritten. Lol. Ne, geh da rein, Alter. Jackpot. Jackpot? Ich habe einen Huhn erlegt. Oh, geil. So eine riesige Halle? Ne, eine riesige Henne. Aha! Äh! Weil irgendwie... Das wäre richtig wild, so einen eigenen, äh... DayZ-Server auflegen. Ja. Ist hier oben was, vielleicht? Oh, oh. Ist hier nix, Alter. Oh, Ortsschild, Ortsschild. Ich habe ein Ortsschild. Ortsschild. Ich bin in Klinischka. So. Klinischka. Freunde, bitte Chat einmal nachschauen. Wo ist Klinischka und wo ist, äh... Tarnhof? Gehst du jetzt hin, oder? Genau, in die Richtung. Oh, eine Leuchtpistole. Genau, nach Tarnhof. Und, äh, dann in dem Fall, wie wir zueinander finden. Mhm. Oh, das ist cool gemacht. Was ist das cool gemacht? Und, dass man beschraubt, sie hat trotzdem Stöcke. Äh, 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 Stöcke. Dings. Na. Rinde vom Baum kratzen kann. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Ist geil. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. Das war's für heute. Apelle oder was? Unbekannte Konserve, okay, uh, Backshots. Unbekannt, weiß ich jetzt nicht, ob ich das essen würde. Könnte ja schon in die Hose gehen, aber. Ist makellos, äh, ich meine, was soll da schief gehen? Was? Die Dose. Da steht doch als Beschreibung, Beschreibigung, als Beschreibung, das Etikett ist zu verwaschen, um es zu lesen. Der Inhalt sieht auch schmutzig aus, weil man ja auch durch eine Dose reingucken kann, läuft. Aber Dreck rein, ich den mag. Ja, aber du kannst ja jetzt nicht von ausgehen, dass da Lebensmittel drin sind. Ich weiß. Ja, das meine ich ja, das kann ja jetzt genauso sein, dass da jetzt, äh, Rattengift drin ist. Ich kann das auch nicht aufmachen, ich hab keine Dosenöffnung oder sonst. Ja gut, aber deswegen, ich würde das ja nicht essen, also. So was zwischen Glinischka und Tarnow liegt in der Luftlinie einer Stadt Sobotka. Aber der Weg zwischen Tarnow und Sobotka ist sehr lang. Ja gut, wir müssen halt zueinander, ne? Ich glaube, ich bin jetzt in Tarnow. Kann das sein, was steht hier? Ja, dann kannst du jetzt am Handy eine Karte aufmachen und dann gucken, dass du nach Sobotka läufst und dann nach Glinischka. Tarnow. Und ich mach hier Essen gerade. Ja, lass doch in, 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 in. Ja, ich mach mir hier gerade Futter, ich bin am Verhungern. Ach so, ja, ich eigentlich ja auch. Eigentlich. Ja, also mein Hunger ist rot. Ja, meins blinkt halt und ist leer. Also. Und mein Leben ist halt schon halb weg. Okay. Kann halt nicht länger warten. Und hier noch lustig durch die Kante hauen. Ich weiß nicht, der Zombie hat mich gesehen. Bin gar nicht da. Ey. Miese Kack-Zombies, alter. Scheiße, den mal ein. Oh. Das ist eine BK-43. Und das Zufällige ist, ich hab auch Munition. Schon stars. Freunde, wenn er jetzt noch den Skill hat, sich mit der Waffe auch noch zu verteidigen, dann wäre das ja eine tolle Sache jetzt. Aber ich hab trotzdem Angst um ihn. Ey, hier sind so viele Zombies, sind hier schon wieder ein Auto. Und der Motor ist komplett wasted. Digga, ist das Essen endlich mal durch, alter. Ich hab gleich kein Leben mehr. Ich bin komplett am Verhungern. Ja, ich erst. Du erst. Was, du erst. Ich bin schlimmer dran. Ey, man, hier sind so viele Zombies, alter. Du kannst nicht mal raus auf die Straße. Kev schreibt, hast du gerade Domo und Skill in einen Satz gepackt. Ja, sorry. Tut mir leid. War nicht so gemeint. Ey, hier sind so viele Zombies, alter. Ne, es ist fertig. Ich brech weg. Krass. So, jetzt brauch ich noch drei Wochen, bis ich's essen kann. Oh, Kartoffelchips. Die Rettung in der Not. Oh, was für den kleinen Hummer. Sehr gut. Alter, was geht? Ist schon wieder eine Waffe. Oh mein Gott. Sag mal, was ist denn los? Eine Sporta 22. Oh, hier ist in einem Auto eine Autobatterie. Die besser als eine Repetierkabine? Nee. Nicht? Aber nimm mit, was du mitkriegst. Boah, der hat es zu groß. Das krieg ich nicht mit. Das ist zu groß. Ich glaube, das ist ein Magazin drin. Ich weiß es nicht mal. Das ist ein Magazin drin. In der Sport habe ich einen Schuss. Das ist, ja, dann nehm ich die. Oh, ja. Oh. In einem Repetierkabine habe ich drei Schuss. Dann nehm ich den. Ey, egal wo du hinguckst. Du siehst nur Zombies. Das ist so wild. Ja. Geh doch mal die Straße entlang. Puh, endlich was essen. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Drängst zu mir, Alter. Ich komme hier ans Fenster. Ich boxe dich. Ja, hallo. Hier bin ich. Ja. Nochmal her. Toll. Oh, Junge. Überall Tote. Aber Brunnen, endlich mal was getrunken. Alter, warum... Warum ruckelt denn das Ganze? Digga, was ist denn los jetzt? Noch Fetzen oder irgendwas, bitte. Was du blutest? Ja. Warum? Blut. Weil ich der Zombie getroffen hat. Warum gehst du den Konfrontationen nicht aus dem Way, Alter? Ja, ich bin dem ja aus dem Way gegangen, aber hat mich geschlagen, bevor ich die Tür schließen konnte. Das heißt, du wirst jetzt gleich verrecken, oder was? Ja, noch geht's. Blut ist noch weiß. Ja gut, aber du blutest ja gerade, oder nicht? Mhm. Ja, dann, wenn du nichts findest, dann war's das. Mhm. Ich hab mal Huhn gehört. Oh, ein Huhn was Geld. Geil. Ja gut, das... Gibt's den Tag noch zufällig ein Ärztehaus, oder was? Weiß ich nicht. Das ist das Haus, wo du ihn erschossen hast. Ja genau, das ist das Haus, hier. Deswegen bin ich hier auch hergegangen. Coolo, fucks. Weiß, Mann, fucks, Mann, Blut, Geld. Shit. Das war doch gleich rot, pass auf. Mhm. Was du nicht sagst, du warst schon so langsam ein bisschen grau. Oh mein Gott. Was? Hier ist ein toter Spieler und der ist komplett ausgerüstet. Echt jetzt? Ja. Der ist komplett ausgerüstet. Das war so ein verbannt, oder sowas. Oh mein Gott. Der hat zwei Gewehre dabei. Drei Gewehre? Nee gut, ich auch. Ja gut, und Munition und Getränke und Verbände und alles. Okay. Was ist das denn? Ein Longhorn, so eine Pistole, Alter. Eine Axt, eine fette. Oh mein Gott. Hat der auch einen Rucksack? Ja. Eine weiße Anzugjacke, da fällt es dir direkt auf mit. Äh, natürlich ist der Rucksack ruiniert, dann kann man den natürlich nicht aufsetzen. Ach. Äh. Ist klar. Man kennt ihn. Nein, ich bin krank. Fuck. Ja, noch besser. Gut, jetzt war es das eh mit dir, oder? Ja gut, mein Cut ist weg, mein Blut geht wieder hoch. Ach so. Ah shit. Nicht der Cut jetzt, in dem Fall. Ich bin alleine geschlossen, aber... Ich bin auf eine Bitte. Ja. Ja gut, mit meiner Krankheit kann ich besser leben, als mit dem Cut. Hm. Fürs Erste, ja. Mhm. Oh, hier ist ein Brunnen. Geil, Alter. Sieht's mit seinen Jacken aus und so ist das irgendwie. Also eine BK-12, eine Kippflinte und Repetierkarabiner. Ein Leder-Messet, okay. Aua. Uff. Wie viel Glück kann man haben? Wegen? Weiß ich nicht. Man kann's mit dem Panzerband nicht den Rucksack reparieren. Oh ja, stimmt. Dankeschön. Chabo. Chabo, 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 Chabo. 91. War der nicht mal da? Doch, war er mal. Sag mir was. Frühstücksflock. Hä, wo ist jetzt das? Wo ist das Klebeband hin? Hä? Was? Hä, ich hab das Klebeband auf den Rucksack gezogen und... Ah, ja, da ist es. Hä, aber so kombinieren meine ich doch gar nicht. Du erzählst von den Waffen und Dominik so geil. Nee, Seth. Ja, der hört mir halt nicht zu. Ja, ich muss ja selber auch überleben. Ja, passt schon. Ich meine ja nur so, freuen für jemand anders oder so. Ich kann das irgendwie nicht reparieren, Leute. Kombinieren funktioniert nicht. Ach, der Rucksack ist ruiniert. Ich glaube, das geht nur bei Demolieren. Ach so. Stimmt, ich glaube, wenn er ruiniert ist, dann ist er endgültig kaputt. Ja, kein Ding. Danke für den Tipp trotzdem. Ich versuche, war es ja wert. Mhm. Durchaus. Alter, lol. Was denn? Jetzt liegt hier im Krankenhaus einfach noch eine KS... eine KS-74-Sturmgewehr. Geil. Oh, ohne Magazin. Was ist das denn? Gasmaskenfilter. Demoliert, abgenutzt, makellos. Ja, da bleibt die hier. Scheiße. Gut, hat sich ja schon gelohnt, hier herzugehen. Ins Krankenhaus, okay. Mhm. Was ein Trip, Freunde. Oh, fällt mir gerade was anderes auf. Ich sollte ein Gewehr da lassen, ne? So. Zwölfer Schrotpatron, die habe ich nicht. Weg. Die hast du nicht. Nö. Schade. Das heißt, die kommt weg und ich nehme die Axt mit, ne? Ja, besser ist das. Geil, ich bin zwar krank, aber mein Getränk ist zuerst und mein Hunger ist weiß. Sehr gut. Der hat einfach nur einen beschädigten Wanderrucksack dabei und den kann ich jetzt mitnehmen. Ich kotze ab, das ist ja mega geil. Das heißt, ich kann so machen, kann die Axt hier reinschnalzen und kann die jetzt hierhin machen. So, Freunde. Die nehmen wir auch noch mit. Mhm. Sachen ablegen kann man nämlich immer noch. Okay. Oh, Paschka. So, wo läufst du jetzt hin? Äh, ich bin noch in Tarnoff. Das ist ein ziemlich großes, äh, großes Ding. So. Ich habe gedacht, du hättest dich ums Laufen gekümmert bloß. Ja, ich habe mich erstmal ums Laufen gekümmert. Oh. Das hat keiner, der schon zurückhält. Ja, komisch. Ja gut, okay, mir geht es mal gut soweit. Gehe ich jetzt mal weiter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020